Die schaut lustig aus. Servus dem Raum, grüß euch die Bäume. Wir haben wieder mit 11 Grad trüb ist, heute sollen schön warm werden, also heute sollen Sonnenschein. Hat es auch kurz geworden, heute Vormittag einkaufen war es relativ schön kurzzeitig da mit der Ranebe eingefallen und es ist immer noch so diesig, aber ist kein Problem. Jetzt seht es, ich bin da wieder neben der Donau bei so einem Entlastungsgerinne wieder mal und möchte ein bisschen in Traum gestruten. Nicht weiß gut was, früher wieder mit der Kamera spielen, dass man sich an die richtig gewöhnt und ja, ich denke ich seid sowieso wieder dabei, weil die Bühne von da schauen schon geil aus, oder? Na dann, gehen wir mal ein Stück weiter. Ah, das ist natürlich, ich weiß, das ist ein Dschungel, ich bin immer, ne? Ich bin mir, danke, danke. Schau mal wieder, es ist ein Wusser. Schau mal wieder, es ist ein Wusser. Ah, ich glaube da bleibe ich, da gefällt es mir, schön mit Moos, der liegt auch schon länger. Aber mir ist alles tief, also jetzt gibt es ja mehr Käfchen. So ist das natürlich auch der Raum. Echt super wieder einmal. Kannst gar nicht oft genug wiederholen. Ja. 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 Ja Freunde, ich bin wieder beim Auto, bei meiner Troschke. Es geht wieder Richtung Heim, ich kann mich noch wieder bei euch bedanken, sag wie immer, danke fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein, wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sag, Servus dem Alon und pfiert euch die Bäume.